Go Hab ihn Hab beide Ja, 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 ich hab die Skala So Ich bin tot Okay, let's go Wollen wir hier auf diesem Ja, genau, lass da hin Alter, da kam der Richter Korloch vom Feigenbergfettel Ja, das ist absolut der Erfolgsgeheimnis hier auf dem Berg So 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 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 go 3, 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 go Ich glaube nicht. Ich kann den Pumpgun anbieten. Lass erst runtergehen. Nimmst du das rechte aus, ich das linke? Jo, wir machen das. Pistole ist hier dran. Ab. Ab. Ja, noch ne Pumpgun. Ok, ich hab noch ne AK. 3 MPs. Ich hab ne AKU. Hast du was gefunden? Was besonderes? Ja, ich hab ne blaue Stumbo. Oh, perfekt. Dann, ähm... Und rühmen Schockern. Lass es losgehen. Ja. Let's go. Ich hab ne Mediakit, falls du irgendwann ans passt. Ja, ich hab 10 Verbände. Ja, naja, ich werde wohl von der Grenze erwischt werden, je nachdem wie viel Lootung ist, aber... Ich hab ne Kiste, der ist hier drin. Komm zu dir. Hast du da hoch gebaut? Ja, ich hab nicht damit, äh... Ja, ich hab nicht damit, äh... Betontrippen rufen gebaut. Grüne Pumpgun. Noch ne grüne Pumpgun. Ne, ist nichts. So, jetzt ist es schmerzlos. Schau mal locker. Ja, locker. Ähm... 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 Metall. No. 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 Hast du noch was? Mhm. Sag das doch. Ich hab absolut den Todessprung gewagt. Ja, ich dachte, du wolltest eigentlich auch reden. Ich hab ja nicht gefragt. Oh, jetzt sind wir... Wieso rennen wir hier eigentlich den ganzen Berg hoch, anstatt dass wir unten langlaufen am Tal? Weil wir cool sind. Achso, ja, na gut. Was machen? Hast du noch was? Ich hab nur ein Orbital, warte kurz. Der hat uns gut gelüte... Wow. Klasse das. Ich krieg gleich so den Anfall. So. Ich bin tot. Nein, ich hab noch richtig Leben. Ich bin einfach runtergefallen. Komm zu mir. Okay. Ich bin runtergefallen. Die Tone kommt, freil dich. Ja, geh geh. Wie viel Leben hast du noch? 32. Ich benutze gleich mal mein Medik kurz. Mhm. Okay, wir müssen absolut weiterlaufen. Lass mal an der Grenze langlaufen, ne? Oder? Würde ich sagen. Oh. Genau. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen eigentlich. Ja, nicht ganz an der Grenze, ich hoffe wir noch nicht. Okay. Oder, weiß ich nicht. 27 noch. Oh mein Gott, was ist das denn? Ich hab absolut nichts gemacht, wir haben auch eine gute Waffe. Kann nicht sein, aber irgendwie will ich... Ja, egal, bringt nichts wenn wir hier hochgehen. Ich hab ja gerade gepaufft. Warte, ich hab, ich hab, ich hab... Äh, lass mich doch ordnen mit Holz. Ja, hopp. Ja, okay. Und wir hier rechts den Berg hoch. Ähm, könnte ein bisschen knapp werden. Lass mich einfach hoch. Nein, alles gut. Okay. Okay. Okay, ähm. Ja. Ja. Die ganze... Oh mein Gott. Easy. Hat der mal gebaut? Ja, ne? Ja, ja, ja. Ist er loot? Oder jetzt auch welche, 60, 60. Bauen, 60. Bauen, 60. Bauen, 60. Nicht angreifend. Die denken... Ja, die wissen... Ey, hier ist loot, hier ist loot, hier ist loot. Tom, die bauen, 60. Ja, ich hab's gesehen. Die bauen da hinten. Die bauen da hinten. Die bauen vor sich, ne? Wir können einfach von hinten holen. Da. Ich kann nicht rennen. Hör auf zu rennen. Hör auf zu rennen. Ich nehm gleich rechts und du nimmst den weiteren, okay? Hör auf zu rennen. Hör auf zu rennen. Ich bin ein Stück hinter dir noch. Vorne auf uns. Okay, ich nehm den rechts. Go. Hab ihn. Hab beide. Haben wir. Ja. Gut. Ich hab nämlich keinen weder getroffen noch sonst sowas. Ja, egal. Ähm. Was ich nicht gesehen hab. Hoffentlich hab ich was nice dabei gehabt. Ja. 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 Ich hab die Skale. Ich hab die Skale. Da kommցne Wie hebe ich? Na wir weiter, oder? Ja. Nochmイ blas. Ich hab den granat wagee Jetzt ja erro. SSL noch. Pass auf, der wird vielleicht verbl diligence gesnipe von da oben… Pass auf! Der wird vielleicht verbl wavelength von da oben… Ja nee. Ok, passt schon. Ich hab die Scar und den Granatwerfer. Ich ordne eben. Jajaja, wird gut. Er hat mich, er ist angetetet. Ich wusste, dass das passiert. Du musst mit Metall bauen. Das hat sich erledigt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.